Weil man sehr häufig, wenn man im Privatleben auf Juristen trifft, damit Ärger verbindet. Ja, man will etwas einklagen oder man wird verklagt und Juristen geben auch sehr selten die Antwort, die man gerne hören will. Da kommt ein grundsätzlich, in der Regel und ihnen wird auch eine gewisse Arroganz nachgesagt, wobei ich da sagen muss, wenn ich das mal mit den Managern vergleiche oder Ärzten, da sind wir nicht überdurchschnittlich.